Hey, ihr seid ja schon wieder da. Ich bin's, eure Lena Nitro. Ja, ich weiß, ihr habt schon wieder darauf gewartet, auf ein privates Video von mir. Ich dachte, heute geht's mal ganz privat aus meinem eigenen Badezimmer. Also, wenn das nicht privat ist, dann weiß ich's auch nicht mehr. Wie gesagt, macht Vorschläge, stellt mir Fragen, sagt, was ihr in nächster Zeit von mir sehen wollt. Lasst mich was einfallen. Ich lasse mich überraschen. Schreibt's einfach unter dieses Video hier. Und ja, dann werden wir weitersehen, wie ich die Puppen tanzen lasse. Jetzt kommen wir mal zum anderen Ding. Ihr fragt mich ständig, wo ihr mir meine Fanpost bzw. Autogrammkarten herbekommt oder mir Fotos schicken könnt, die ich euch signiere, filme. Das ist gar kein Problem. Ich sag euch kurz meine Autogrammadresse. Und zwar ist das die Farell Lounge. Farell mit einem R und Doppel L. Das ist Bruchweg 146 in 41564 Cast. Und wer sich das jetzt nicht gemerkt hat, tja, der muss halt einfach zurückspulen. Ganz einfach. So, ich zeig euch jetzt auch mal hier die heiße Ware, um die es hier dann zum Beispiel geht. So eins könnte ergattern oder so eins. Manchmal habe ich auch Poster da, aber glaubt nicht, dass ihr zwei kriegt, weil nett war anders. Und gestern, heute ist geizig. Nee, Quatsch. Also wenn ihr mir einen Umschlag mitschickt und eine Rückbriefmarke, dann ist es gar kein Problem. Dann schicke ich euch auch so viele, wie ihr wollt. Und ihr könnt die dann bei Ebay verkaufen oder was ihr sonst auch immer damit tut. Ich weiß es, ihr Schweine. So, jetzt noch was zum anderen Thema. Ihr fragt ja auch immer, wo ihr mehr von mir sehen könnt. Heißere Bilder und so weiter. Ganz nicht so heiß geht es bei Facebook zu, das wisst ihr ja. Aber wer mich will, der kann mich da gerne liken bzw. abonnieren. Seht auf jeden Fall immer die neuesten Infos. Oder wo es ein bisschen heißer zugeht, ist auf Instagram. Da bin ich jetzt nämlich auch aktuell ganz neu. Und da seht ihr die, ey, richtig heißen Fotos von mir. So mit im Arsch gucken und was ihr da so alles immer wollt. Ich weiß, ihr habt ja da so, ja, sagen wir mal, schöne Fantasien. Ja, aber wie gesagt, da könnt ihr euch alle, ihr Geier, alle befriedigen, was ihr auch immer damit tut. Und die, die einfach nur gucken wollen, die kommen auf meine Twitter-Seite. Wobei, da sind auch ganz schön perverse Fotos, wenn ich mir das so überlege. Naja, egal. Ihr werdet dazwischen auch die Fotos finden, die ihr auf jeden Fall sehen wollt. Und bis dahin, ja, würde ich euch sagen, schmeiße ich euch jetzt mal aus meinem Bad raus. Weil ich fange gerade an zu schwitzen. Es ist ziemlich heiß hier drin. Ja, wie gesagt, leider bin ich ja allein in der Badewanne. Vielleicht ändert sich das ja das nächste Mal. Bewerbt euch einfach auf www.lenanitro.info. Da geht ihr unter Kontakte und da könnt ihr euch dann bewerben als Darsteller. Wie gesagt, ich kann euch nicht versprechen, dass ihr unbedingt immer mit mir. Aber ich habe ja gestern schon gesagt, ich werde da gute Konstellationen zusammenstellen. Und so werden wir alle unseren Spaß haben und ein paar gute Tipps, Fragen. Wie gesagt, könnt ihr alles hier unterstellen. Werde ich auf jeden Fall beantworten. Bis dann. Ciao, Bella. Boah, es ist heiß. Ciao.